In einer Reihe von Videos geht es jetzt um den Inhalt dieser Schale. Jetzt erst mal das Intro und dann erzähle ich euch, was da drin ist. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Klügel und diesen Vorspann werdet ihr ja vor allen Videos sehen, die ja mit diesen Zetteln zu tun haben. Welches Video gerade läuft, das blende ich euch da ein. Ich stecke alle Videos in eine Playliste, die könnt ihr da drüben abrufen in der Infobox. Ich nenne das jetzt mal Zettelvideos. Ja, um was geht es? Also ich habe hier ganz viele Begriffe mir gestern Abend und heute den ganzen Vormittag immer wieder in eine Textdatei geschrieben. Da ist zum Beispiel Fotokina drin, da ist Kamera drin, da ist Bildbearbeitung drin. Alle diese Begriffe, da werde ich etwas dazu sagen. Die kommen kreuz und quer. Ich werde wirklich nicht schauen, was ich ziehe. Und ja, so etwa nach 10 Minuten mache ich dann mit dem Video Schluss und es fängt das nächste Video an. Und ihr habt einfach Spaß dabei und hört vielleicht etwas, was euch interessiert. Und ich bin sehr gespannt jeweils auf die Reaktion, auch auf eure Meinung. Die könnt ihr gerne unten in der Videobeschreibung kundtun. Bleibt höflich, dann passt das schon, auch wenn ihr anderer Meinung seid. Und ja, schreibt nicht nur irgendwie einen Satz, sondern ruhig ein bisschen mehr, damit man weiß, was ihr denkt, was ihr meint. Und jetzt geht es los. Alle Zettel liegen so, dass ich es nicht sehe. Dann nehme ich einfach wieder einen raus. Oh ja, bewegt deinen Hintern. Ich glaube, ich habe das eigentlich schon abgehandelt beim Thema Zoom, vielleicht auch Reisezoom. Ist aber dasselbe. Bewegt deinen Hintern bedeutet nicht nur, dass man eben was schaffen soll oder lernen soll, sondern wenn man fotografiert, dass man nicht fix auf einer Stelle stehen bleibt, sondern sich überlegt, tue ich jetzt die Statue von da fotografieren, von dort. Der Schatten zum Beispiel. Da gibt es viele, viele Dinge. Aber wenn ihr stehen bleibt und nur mit dem Zoom arbeitet und sagt, Jo, hier von da aus kann ich ja den ganzen Platz um mich rum, den ganzen Marktplatz zum Beispiel fotografieren, das ist nicht, ja, das ist nicht Fotografen-like, das ist nicht kreativ. Vor allen Dingen, ja, euer Auge wird dadurch auch nicht geschult. Man muss das eine Zeit lang üben. Das geht nicht von Anfang an, dass man wirklich sieht, ah, ich muss jetzt dahin gehen oder dorthin gehen oder ich gehe runter auf die Erde, mache von da aus ein Bild oder ich versuche irgendwo hoch über mich hinaus zu kommen, dass ich zum Beispiel über die Köpfe von einer Menschenmenge komme und nicht eben nur dann zoome, damit ich da hinten irgendwas fotografiert habe, sondern vielleicht mit den Köpfen. Ist ja auch interessant. Also bewegt deinen Hintern, ist da vielfältig, aber es geht in die Hauptsache, in die Richtung, dass ihr eben nicht mit dem Zoom arbeitet, sondern eben auch mit euren Füßen und davon, mit dem Kopf natürlich. Fotorucksack, Fototasche. Ein Thema, wo man lange drüber reden kann. Also, jeder wie er mag. Punkt. Also das gleich vorweg. Das, was ich denke, müsst ihr nicht denken und wenn ihr sagt, ich habe einen Fotorucksack und dafür habe ich mehr Geld ausgegeben und das ist das geilste Ding, was ich habe und in dem Rucksack ist alles drin, was ich habe, was ich brauche, was ich glaube zu brauchen, wenn ich irgendwo hingehe und ich schleppe lieber fünf Kilo mehr, dann ist das euer Ding. Ich für meinen Teil mag das nicht. Ich versuche immer so wenig wie möglich dabei zu haben. Liegt auch daran, dass ich gar nicht alles einpacken könnte, weil dann müsste ich einen Bollerwagen haben, wahrscheinlich auch noch den ich abschließen kann mit Alarmanlage, dass ich mich mal zwei Sekunden bewegen kann, ohne das Ding an den Händen zu haben und zu ziehen oder aufzupassen, weil da wäre verdammt viel drin. Also, es gibt keinen Fotorucksack, der wirklich 100% ideal ist. Es gibt keine Tasche, die 100% ideal ist und mein Tipp ist, ihr braucht verschiedene Taschen. Ihr müsst gucken, was ist für euch eine kleine Ausrüstung, das sollte man auf den Tisch legen und sagen, so, wo kriege ich das rein? Das ist euer kleinster Rucksack. Wer eine Spiegellose hat, eine kleine Kamera, Sony, Olympus, Fuji, das sind ja alles sehr kleine Kameras sogar. Diese Dinger, ja, die passen in kleine Taschen. Also, versucht doch mal so eine Mini-Ausrüstung zu machen und die ist dann auch gepackt, so nach dem Motto, boah, jetzt habe ich hier geiles Wetter, ich weiß, wo ich hinfahre, also Tasche geschnappt und los geht's. Und dann macht man eine große Tour und dann wird eben der große Fotorucksack gepackt. Im Übrigen, lasst euch bitte nicht hinters Licht führen, der größte Fotorucksack ist nicht unbedingt immer der beste Rucksack, Punkt 1. Also sprich, wenn euch irgendjemand in einem Video erzählt, er hat jetzt hier einen neuen Rucksack und das ist der und der und ihr guckt nach und dieses Ding kostet 300, 400 Euro. Wenn ihr das Geld habt, gebt es gerne aus, aber ihr solltet es euch als erstes mal selber ansehen, bevor ihr das Ding bestellt. Das ist das A und O, finde ich. Und außerdem, oftmals braucht man nicht die teuerste Liga kaufen, weil der, der euch das in einem Video gezeigt hat, gesponsert bekommt oder vielleicht sogar vergünstigt bekommt. Hauptsache macht ein schönes Video. Also die Regeln kenne ich da nicht. Auf jeden Fall ist es auffällig, es sind immer die größten Taschen, die größten Fotorucksäcke und die sind immer die besten. Also immer. Und meine, ich hatte mal ein Video gemacht, ist schon ziemlich lange her, da habe ich mal so keck behauptet, es gibt keine Tasche auf dieser Welt, die die Note 1 oder 2 verdient. Ich finde immer etwas Negatives und von daher kommen die alle bei mir nicht auf Note 3 oder besser. Und das hört sich blöd an, aber wenn wir mal ehrlich sind, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr schon Taschen besitzt, irgendwo ist immer ein Haken, irgendwas, wo man denkt, das könnte doch besser sein. Light Painting. Gut, das ist eigentlich eine Sache, die ist super einfach. Man muss es einfach nur mal versuchen, man muss sich überlegen, mit was könnte ich denn hier ja mit Licht malen. Im Grunde braucht man nur eine Taschenlampe, wie gut, dass hier eine liegt. Und dann kann man sich zum Beispiel überlegen, ob man, das passt jetzt wunderbar, dass der Kram hier rumliegt. Ja, wobei diese Taschenlampe ist viel zu hell, wird viel zu heiß. Aber wenn ihr zum Beispiel das hier machen würdet und euch einfach in einem Bild bewegt oder irgendwas damit anstellt, wie gesagt, diese Taschenlampe ist zu heiß. Das ist jetzt auch viel zu hell. Mal gucken, ob die dunkler wird. Ne, das schafft das nicht, weil die Blende ist nicht auf Automatik. Also sowas ist Light Painting hoch 3. Ihr müsst einfach ausprobieren, kreativ sein. Und ich sage euch was, das kann richtig Spaß machen. Werde mich bald mit jemandem treffen. Vielleicht gibt es dann auch mal ein paar Bilder zu sehen. Muss ich mit ihm abklären. Wir wollen einfach mal Light Painting machen. Ich habe da wirklich ein paar Ideen, die man sonst ganz anders nur umsetzen kann. Wir werden es wie gesagt sehen. Und ja, es gibt unglaublich viele Videos zu Light Painting. Ihr werdet dann auch feststellen, dass das richtig süchtig machen kann und man vielleicht auf die Idee kommt, irgendwelche Dinge einzukaufen. Und ja, aber es geht auch ganz simpel. Ein Stück Plastik, eine alte Getränkeflasche, wo Pfand drauf ist. Auch sowas kann man nehmen. Die hat eine bestimmte Farbe. Man braucht eine kleine Taschenlampe, hält die rein und los geht's. Was ihr damit macht, das ist doch mal dann kreativ einfach zu sehen. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Und wenn jemand sozusagen auch noch Model für euch spielt, dann hat der auf jeden Fall Bilder, die man nicht an jeder Ecke sieht. Auch wenn viele Motive von, ich sag mal, von ein paar Light Painting Profis geklaut werden. So, und wieder ein Zettel. Ich guck mal, nehme mal den obersten einfach. Ich sehe sie nicht. Also gerade eben ist die Schrift wieder bei allen nach unten. Durch mein Rumwühlen. Alte Märchen. Ja, unbearbeitete Bilder. Die Diskussion hatten wir schon. Die Diskussion gibt es immer wieder. Es gibt Leute, die der Meinung sind, Bilder bearbeitet man nicht. Die müssen so aus der Kamera kommen. Auch diese Bilder sind bearbeitet, nämlich von der Kamera. Das Thema ist eine Endlos-Diskussion. Wer seine Bilder nicht bearbeiten möchte, verschenkt einfach Qualität. Also er könnte viel mehr aus seinen Bildern machen. Und wer das dann auch noch sagt und hat vielleicht eine Kamera, die 1.000, 2.000, 3.000 Euro gekostet hat und Objektive dazu und sagt, ich fotografiere nur JPEG. Ich kann das. Und da kommt das Beste raus. Es gibt Leute, die können wirklich sehr gut fotografieren und da ist das JPEG auch brauchbar. Ich kenne sehr viele Aufnahmen davon. Die habe ich schon gesehen bei Leuten, wo ich sage, ja, hättest du das Bild mal bearbeitet, wäre es richtig geil, so ist es vielleicht gerade mal gut. Wer mit gut zufrieden ist, der entwickelt nicht. Und wer sagt, ich möchte aber wirklich auch die letzten Sachen rausholen und ich möchte auch das Bild, was ich im Kopf habe, wenn ich das Bild aufnehme, umsetzen und nicht akzeptieren, was die Kamera hat, der muss sich leider heutzutage mit Bildbearbeitung auseinandersetzen. Übrigens die Leute, die sagen, bei Film war das ja auch nicht so. Das ist Blödsinn. Wer zum Beispiel anfängt, mit Film zu fotografieren, sich eine Schwarz-Weiß-Dunkelkammer aufbaut, der wird ganz schnell feststellen, dass auch dort die Möglichkeiten gar nicht mal so uncool sind, da richtig zu arbeiten, dass die Bilder eben, ja, noch mal einen Tick besser werden. Typisches Beispiel, der Klassiker Ansel Adams. Wer seine Bücher gelesen hat, die Kamera, nee, der Film, die Kamera, das Negativ, also es sind drei Bücher, ist heute noch empfehlenswert. Wer das mal verstanden hat, der weiß, was Ansel Adams gemacht hat und dass man früher eben auch Bilder bearbeitet hat. So, jedes Video braucht einen Abspann. Ich sage gleich, wenn ihr diesen Abspann seht, es gibt noch weitere Videos, weil das Endvideo hat seinen eigenen Abspann. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, da oben gibt es den Link zu einer Playliste. Da habe ich nämlich alle diese Zettelvideos jetzt mal reingesteckt und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, ihr habt was gelernt. Ich weiß, das ist größtenteils so ein bisschen meine Meinung, die ich da erzählt habe. Es gibt viele Leute da draußen, es gibt, muss auch mal sein, verplappern. Es gibt viele Leute da draußen, die eine andere Meinung haben. Das ist auch vollkommen okay. Wir können da auch gerne vernünftig, da unten in den Kommentaren, zu irgendeinem Punkt diskutieren. Es würde mich aber freuen, wenn ihr mir erlaubt, meine Meinung zu haben, weil ich mache auch meine Fotos und wenn ich hier mein Wissen oder meine Meinung mit euch teile, dann ist das ja nicht böse gemeint. Ihr müsst nichts von mir übernehmen. Ihr könnt euch eure eigenen Gedanken machen und eben damit selber glücklich werden. Das ist euer Leben. Ich lebe mein Leben. Ich teile nur das, was ich über Fotografie schon alles so denke, gelernt habe oder auch immer jeden Tag noch lerne. Das soll es gewesen sein. Abo wäre schön, Daumen hoch wäre schön, Kommentare sind immer schön, wenn sie gut sind, sowieso. Da gibt es irgendwo den Abo-Knopf, der würde mich auch freuen, falls ihr nicht schon Abonnent seid. Und wenn ihr die Glocke noch nicht aktiviert habt, dann macht das mal. A, weil es dann einfacher ist, meine Videos zu finden. Ihr findet die nämlich bei eurer E-Mail-Adresse und seht sofort, wenn was Neues rauskommt. Das ist viel besser, als immer diese ganze Abo-Liste durchzugehen und zu schauen, wer hat denn da was Neues gemacht, das macht man natürlich nicht bei jedem Kanal. Vielleicht macht das auch nicht bei meinem Kanal, weil ich nicht so wichtig bin. Ich sage jetzt, Tschaui, Tschüss, euer Sven, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zusehen.